Und glaub nur nicht, ich merke nicht, wie du seinen drallen Wochenend-Miezen lüsterne Blicke zugehst. Ich? Lüsterne Blicke? Jeden Sommer wird das Schloss Nersen zur großen Freilichtbühne. Und das seit drei Jahrzehnten. Das erste Abendstück im Jubiläumsjahr ist die Mittsommernachts-Sex-Komödie von Woody Allen. Die Nacht, als ich dich das erste Mal traf. Andrew, was tust du? Was glaubst du? Aber wir sind gerade erst aufgestanden, das ist hellig total. Nimmst du als Frühstück. Doch wie viel Sex steckt eigentlich im Stück? Natürlich wahnsinnig viel. Es hat irgendwie jeder was mit jedem. Also wir haben Sex auf der Bühne und hinter der Bühne. Auf dem Tisch, im Busch. Also ich habe am wenigsten Sex wahrscheinlich in dem ganzen Ding. Aber es ist okay. Mit Zuschauern, ohne Zuschauer. Das ist schon okay. Das ist das Stück. Das ist mit Sommernachts-Sex-Komödie. Ohne Sex geht die nicht. Wir sind noch vor der Grenze zum Porno. Also jugendfrei ist die Aufführung dann schon noch, wenn drei Paare auf der Bühne fleißig die Partner wechseln. In bekannter Woody Allen-Manier wird mehr geredet als gehandelt. Das Stück basiert auf William Shakespeare's Ein Sommernachtstraum, gepaart mit der Wortgewandtheit des Stadtneurotikers. Ich bin ganz sicher, dass der Zuschauer das eine oder andere mit Sicherheit schon mal erlebt hat und darüber jetzt hoffentlich sehr lachen kann, amüsieren kann und sagen, ja, so ist es. Ich habe darauf gewartet, dass du mich nimmst und mich liebst. Das wusste ich nicht. Das hast du nicht gemerkt? Konnte man mir das nicht anmerken? Wenn du wüsstest, wie sehr ich mir gewünscht hätte, dich an mich zu reißen und dich zu lieben. Du wärst auf deine Kosten gekommen, glaub mir. Och, sag das nicht. Ich wusste nicht, dass du mich wolltest. Ich wollte deine Hände auf meinem ganzen Körper spüren. Und ich dachte, ich würde dich beleidigen. Wer mit wem Sex hat in der Midsommernacht, das können sie noch herausfinden bis Ende August bei den Schlossfestspielen in Willich-Nersen. Skoll! Skoll!